So, meine lieben Freunde, willkommen zurück bei GTA San Andreas. Heute etwas spät an diesem Sonntag. Spätnachmittag, weil ich habe dieses Wochen sehr viel zu tun gehabt. Ich habe beim Bekannten Holz gesägt, beziehungsweise Bäume gefällt und, also gestern, deswegen war auch gestern alles so spät. Und Steuer musste ich noch machen. Aber jetzt habe ich alles fertig, hoffe ich doch, und kann mich wieder dem Spielen widmen. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir als nächstes alles machen müssen. Und hier gibt es einen Auftrag, ne? Ah. Oh, shit. You better do it. Land on the train, kill the guards, get in and steal the stuff. Oh, yeah? What stuff? I don't know yet. Oh, you don't know yet. I was starting to think he was a lunatic. What you mean you don't know yet? Okay. You'll be stealing the answer. Look, fly the jetpack, land on the train and steal whatever they least want us to get. Shh. Listen. They're coming. We better go. Peace on earth, dude. So, wir sollen jetzt nun mit dem jetpack, oh, ups, sorry. Wie funktioniert das jetzt nochmal? Ja, genau. Auf dem Zug landen. Ach du Scheiße. Ich bin mal gespannt, ob wir das hinbekommen. Äh, erstmal werde ich auf der Karte schauen, wo wir überhaupt hinbissen. Wo ist denn überhaupt hier ein Zug? Äh, ah, da vorne. Okay, vielleicht haben wir ja das Glück und erfährt in meine Richtung. Ha, was ich wohl kaum glaub. Okay, jetzt geht's ab. Man kann sogar richtig schön nicht mehr schießen. Also falls man mal belästigt werden sollte beim Fliegen, ist das alles gar kein Problem. Las Venturas, welcome. Das ist das gleiche Schild wie das Las Vegas Schild. So, jetzt tun wir ein bisschen hier an Flughöhe verlieren. Müssen wir mal vielleicht ein bisschen wieder hoch gehen. Und da bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen werden, auf dem Zug zu landen. Wir sind auch gleich da. Oh, ein bisschen Seitenwind. Ach du Scheiße, da ist schon der Zug. Zerschieße die Kisten auf den Zug. Aha. Oh, und da sind irgendwelche Freaks, Alter. Die haben es ein bisschen auf uns abgesehen, so wie es aussieht. So, welche Kisten sind denn das? Welche müssen wir zerschießen? Ach, das ist ein Militärzug. Ah. So ist das. Erstmal schießen wir die Leute ab, die uns vielleicht hier belästigen könnten. Oh, die sehen nicht gerade freundlich aus, ne? So, jetzt haben wir. Ach, die kleinen blauen Kisten meinen die. Ah. Fuck. So, und auf zum nächsten. Boah, aber die schießen ganz schön gut hier hoch, ne? Okay, pass auf. Yeah. Die andere Kiste. Jetzt sind sie gleich im Tunnel drin. Scheiße. Wo kommen die raus? Da vorne. Okay. Vielleicht noch ein bisschen an Flughöhe gewinnen, damit wir... So, wie hoch geht denn das Teil eigentlich? Machen wir einen Stratosphären-Sprung, wa? Da kommt sie. Da ist der Zug. Jetzt wird es ein bisschen schwierig mit dem Ziel, wenn wir so weit oben sind. Ein bisschen auf die Seite fliegen. So. Kommen wir soweit? Na? Ja, komm schon. Hol's dir. Hol's dir, Tiger. Oh. Schnapp dir den Behälter mit dem grünen Glibber. Ah, prima. Erstmal sollte ich vielleicht die Typen hier wegkusten. Scheiße, unten ist ein Bolle. Oh. Alter. So, den ersten Hammer. Wollen wir uns den hier noch? Okay, und... Ab geht's. Okay. Das ist ein Behälter. Mit dem grünen Glibber. War knapp, ne? Oh, scheiße, unseren Bullen. Können wir uns ja auch den Panzer krallen? Warte mal, ich versuche mal den Panzer zu bekommen. So, ganz langsam runter. Ganz langsam. Ganz langsam. Ja, ist doch gut, Alter. Schnapp ihn dir. Geht nicht. Attrappe. Schade. Oh, die haben uns ganz schön zugerichtet. Vorsicht, Auto. Aber da hinten ist gerade ein Waffenladen, so wie ich sehe. Da können wir uns kurz neu ausrüsten. Scheiße. Wieder eine Kugelsichere Weste kaufen. So. Oh, wir können nicht reingehen, weil wir das Teil am Rücken haben. Okay, dann gehen wir jetzt kurz zu unserem Kollege. Und bringen ihm das... Den grünen Glibber. Oh mein Gott. Was man hier alles machen muss in dem Spiel. So. Ich bin gespannt, wann wir ein bisschen in... Las Vegas... Oder Las Venturas uns aufhalten dürfen. Yeah. Boah, Speedrun. Du hattest es gesehen? Guck mal. Warte. Und dann fängt man rennen. Komm, geh mal runter. Jetzt komm, komm. Komm, jetzt gib ihm alles. Komm. Da rennt er, der Kollege. So. Na, wo müssen wir landen? Hier. So, das Teil will ich behalten. Das ist cool. Du hast es, Mann? Ich habe etwas. Ich habe etwas. Mal sehen. Oh. Alles ist anders. Was ist es? Alles. Sie werden das... Jahr Zero. Ich werde in Kontakt. Wait. Was ist... Ja, bis zum nächsten Mal. Nein, weil wenn wir abstürzen, verlieren wir alles, was wir haben. Und ich möchte das Zeug natürlich nicht wieder hergeben müssen. Schön, da gibt es jetzt Kohle. Da würde ich hier öfters mal zum Sprechen. Und hier gibt es den Jetpack. Für was denn noch laufen? Alter, wenn wir hier ein Jetpack kriegen, Mann. Yeah, dann machen wir es doch lieber so, oder? Da können wir nebenher ein bisschen rennen. Guck mal, voll. Jetzt Speedrun, yeah. So geht das. Jetzt geht's. Okay, jetzt müssen wir nur noch den richtigen Weg finden. Zum Waffengeschäft. Der ist hier. Weil da sollte man natürlich ein bisschen was einkaufen gehen, ne? So, schnell mal rüberjumpen. Beziehungsweise rennen. Fliegen, rennen. Nenn es wie ihr es wollt. So, wo ist er denn? Irgendwo da unten war er vorhin, ne? Ja, da ist er. Schön, aber wir können mit dem hier nicht... Wie kann man das Teil wieder ablegen? Das ist jetzt mein Problem. Sonst dürfen wir, glaube ich, nicht in den Laden rein, oder? Ähm... Moment. Wie kriegen wir das wieder weg? Äh... Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, ne? F? Ah! Einfach F drücken. Dann lässt man los und man kann einkaufen gehen. Ja, bitte einmal, ähm... Ne, Schutzweste wollte ich mir holen. Genau. Und dann müssen wir noch was essen. Scheiße. Sind die jetzt irgendwie teurer geworden oder billiger? Ach, keine Ahnung. Hat denn hier mal 200 gekostet? Och, nö. Ah, doch, da ist er. Gut. Da hab ich schon gedacht, unser stylischer Jetpack wäre weg. So, wir kriegen mal was zu essen. Hier ist ein Burger-Laden. Und dann gehen wir kurz da hin. Ich wurde fast überfahren. Toll. So, aber so kann man sich richtig schnell bewegen über die Karte. So, scheiß auf Autos. Wir brauchen keine Autos. Autsch! Laterne! Autsch! Mauer! Wie die Füße da so rumhängen, so. So, einmal F drücken, wenn wir auf dem Boden sind. Nicht, dass wir noch abstürzen. Alter! Jetzt. Essen! Essen! Ich bin stolz, dich zu Burger-Shot zu willkommen. Du bist mein Burger-Shot, Herr. Noch mal und auch danke. Das war's eigentlich schon. Jetzt möchte ich wieder gehen. Gerne. Sobald ich verwundert bin. Angeschossen oder sonst irgendwas. Hm. Wo ist mein Jetpack? Da ist er. Ja. Boing. So. Jetzt müssen wir uns was Neues, Wüstes ausfallen lassen, was mich hier so treiben können. Also als erstes werde ich kurz irgendwo mich niederlassen und werde mir suchen, wo wir am besten jetzt hingehen. Ah, guck mal hier oben ist doch schön. Warte, Moment. Kann man eigentlich nicht auch hier hoch? Reklameschild? Ja, schön. Ja, schön. Gibt's da auch ne Leiter? Nö, normal kommt man hier auch nicht hoch, ne? Ah, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Die werdet ihr jetzt gleich sehen, warum dieser Jetpack voll geil ist. Ich hoffe, dass ich richtig bin, wo ich jetzt hinfliege. Viele können sich's schon denken. Oder auch nicht. Wir müssen kurz auf der Karte was schauen. Ja, 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 ja. Ich bin sogar richtig gut. So, halt, du musst hoch. Zieh hoch! Oh! Das war knapp. Nein, ich möchte nicht zur Fahrschule. Auch wenn ihr das jetzt denkt. Ich möchte was ganz anderes machen. Ey, geh mal ein bisschen höher, Alter. So, und jetzt hab ich auch den Sinn hinter dem Teil hier entdeckt. Was es mir bringt, den Jetpack zu besitzen. Und zwar werde ich nie wieder irgendwelche Probleme in meinem Leben haben. Äh. Ja. Ne, ich glaub, ich bin schon richtig so. Und flieg wie der Wind. Ja, sowas könnte ich auch noch in anderen Spielen gebrauchen, ey. So ein Jetpack ist gar nicht... Wieso liegt da ein Flugzeug? Hä? Wo kommt das her? Verdammt nochmal. Alter. So, einmal in die Richtung fliegen. Ja, die Leute wissen wahrscheinlich schon, wo mich kennen und ein paar Barz gesehen haben, was ich jetzt vorhabe. Jaja. Schlimmer Finger, ne? Nein, ich möchte nicht Boot fahren gehen. Ich möchte etwas ganz anderes machen. Also sind wir auch ziemlich schnell unterwegs. Was ist das? Meine Villa hier? Achso, stimmt. Das ist ja... Hier, ne? So. Jetzt müsst ihr eigentlich schon erläutern, was ich vorhabe. So von den Koordinaten her, wo ich drauf zufliege, ne? Schnackelts oder noch nicht? Aha. Und völlig kostenlos hole ich mir das jetzt. Ja, ja. Es müsste bald sichtbar werden. Ja. Ja. Und? Ist es da? Ist es da? Yeah! Hahaha. Genau, das werde ich mir jetzt immer wiederholen hier. So, einmal bitte landen. Die Minigun! Moment. Yeah, 260 Schuss. Das ist gut, weil jetzt, wenn wir einen Auftrag haben, wo etwas schwieriger wird, dann wissen wir schon, wo wir hingehen müssen, zum... ein bisschen aufräumen. Zum uns das gewisse Etwas zu besorgen. So, aber daher, dass ich, äh... den Jetpack gern behalten möchte. Wird ich mal kurz da hochrennen. Achso, der verschwindet dann bestimmt, ne? Holen wir ihn wieder. Nicht, dass ich jetzt noch runterfliege und dann war alles für den Arsch hier. So, ich möchte gern da oben kurz landen. Was? Gibt es nicht eine schönere Kulisse? Außer die da drüben natürlich. Ey, mit dem Teil können wir überall hinfliegen. Das ist geil. Egal wohin, wir kommen hin. Ah, ne, hier geht's nicht. Das ist aber schade. Ah, sonst wäre ich jetzt nämlich da hoch. Dann machen wir's halt hier. Landen, landen, landen. So. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Und ich werde dann hier mal einen kurzen Schnitt machen. Ich muss ja das Video irgendwann mal hochbekommen. Bis dahin, einen schönen Tag noch. Ciao.